Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute wieder zwei Ausnahmemediziner hier und darauf bin ich auch ganz, ganz stolz darüber und bin auch sicher, dass wir heute wieder ganz, ganz viel lernen dürfen. Das Thema der Sendung, es geht um Ernährung im Zusammenhang mit Sport, aber ich glaube auch generell Ernährung, Bewegung, es ist einfach unglaublich wichtig, dass wir uns bewegen, aber auch die richtige Ernährung. Ich möchte Ihnen kurz meine zwei Gäste vorstellen. Einerseits der Dr. Simon Feldhaus von der Paramet in Bahr. Ganz herzlich willkommen, Simon. Ganz schön, danke. Und der Herr Kurt Moseter aus der ZID in Kunstanz. Du bist dort ärztlicher Direktor. Ganz herzlich willkommen, ihr zwei. Und jetzt bin ich ja mal gespannt, wie das wieder losgeht heute. Lieber Simon, Ernährung und Sport, erzähl mir ein bisschen diese Zusammenhänge, wie du das siehst. Ja, also auf den ersten Blick sind wir eigentlich gerade fertig. Nudeln essen, Sport treiben, fertig. Das habe ich so gelernt. Das ist ja eigentlich so das Klassische. Spakett, die Topf, oder? Genau, fertig. Was wollen wir denn mehr machen? Die kann man einfach machen, die sind einfach zu kriegen. Kohlenhydrate essen, Schluss. Und dann nehmen wir noch eine Banane mit und vielleicht noch irgendeinen Sportdrink mit möglichst viel Zucker drin, die so isotonisch natürlich sind, aber trotzdem Zucker enthalten. Ja, und das war es doch. Also eigentlich sind wir fertig. Und die Frage stellt sich, ob dem das wirklich so ist. Und da bin ich natürlich froh, dass ich gleich an Kurt ein bisschen weiterleiten kann, weil das ist ja mit so eines seiner zentralen. Ich habe genau andere Erfahrungen gemacht. Also, dass die das machen, ist klar. Dass man das aber mal anders diskutieren kann und über die negativen Impacts von den klassischen Kohlenhydraten reden sollte. Und vielleicht gibt es auch ganz andere Ideen, das so zu machen. Es gibt vielleicht auch andere Zuckeroptionen. Also, ich habe erlebt, dass man, wenn man mit Sportlern zusammenarbeitet, auch mal mit zuckerreduzierter oder nehmen wir es kohlenhydratreduzierten und eher proteinbasierten Geschichten zum Beispiel arbeiten kann, vielleicht sogar viel Besseres erreichen kann, dass vielleicht sogar die Müdigkeitseffekte nachlassen, die Trainingsregenerationseffekte besser werden. Also, ich erlebe ganz andere Dinge als die Nudeln, die immer wieder gemacht werden. Aber, wenn man das dann mit den Sportmedizinern, die ja oft irgendwo involviert sind, anfängt zu diskutieren, oder mit Ernährungsberatern, läuft man relativ gegen Widerstände. Weil es bleibt halt so, die Nudeln sind einfach das Wichtigste zum Auffüllen dieser Kohlenhydratdepots. Da muss der Glykogenspeicher, muss doch gefüllt sein, weil der Muskel lebt nur von dem. Und ich erlebe es als durchaus komplexer. Und meine Vorstellung ist da, integrativer zu arbeiten, die Ernährung vielleicht mal anders anzuschauen, sicher auch ein bisschen sportartenspezifischer zu betrachten. Also, ein 100-Meter-Läufer ist sicher was anderes als ein Marathonläufer. Und die Welt der Mikronährstoffe mit zu integrieren, weil Kohlenhydrate ist das eine. Aber wenn ich keinen B12 habe oder so, oder Vitamin D zu wenig habe, dann sind das andere Geschichten. Und das ist so das, wo ich erlebe, wo zu viel noch nach alten Zöpfen gearbeitet wird, die man vielleicht mal abschneiden könnte. Und da hat natürlich Kurt auch mir einiges geholfen. Ich habe sehr viel von ihm da gelernt, weil früher habe ich das auch so gedacht, das stimmt so. Bis er mir irgendwas mal von erzählt hat, ich müsse morgens nüchtern joggen. Da habe ich auch gesagt, ganz bestimmt. Und dann war aber doch interessant. Nüchtern joggen. Ja, also wir haben in dem Feld vom Sport dank wirklich pioniermäßigen Trainern viel verändern können. Und das, was Simon und mir in der Behandlung mit Patienten machen, war klar, dass man viel Widerstand kriegt in der Sportmedizin und in bisher etablierten Denken. Aber mal mit kurzem zusammenfassend, Kohlenhydrate braucht es nicht. Oder nur ganz wenig. Oder nur gute. Aber es braucht Fett. Ohne Fett sterben wir, ohne Protein sterben wir, ohne Kohlenhydrate nehmen wir ab. Und das war eigentlich eine große Mär. Und die große Mär, die hat begonnen mit Timmy Noachs, der hat eine Bibel geschrieben, Carb Loading. Aber leider wurde er übergewichtig und den Diabetes hat er gekriegt und den Herzinfarkt. Dann kam er mit zwei anderen Kollegen zusammen. Und die haben ihm dann auf die Sprünge geholfen. Und dann hat er umgestellt auf fettreich. Very low carb, ketogen. Und er wurde gesund. Er hat gesagt, liebe Leute, leider habt ihr meine Bibel gelesen, aber ich schwöre dem ab. Es war ein Irrtum. Wir brauchen andere Wege. Und da war in den USA Jeff Oleg, Sarah Hallberg, Stephen Finney. Also richtig coole Forscher, die haben das näher untersucht. Jetzt zum Sport. Wie schafft man es? Es gab einen brillanten Trainer, Bernhard Peters, in der Hockey-Nationalmannschaft. Und über glückliche Umstände, über Bernhard Peters und Ralf Rangnick, war der Zugriff möglich zu der Hockey-Nationalmannschaft, zu Hockey Mannheim. Und er war ein Sponsor. Der hat dann gesagt, also Herr Mosel, wenn Sie das machen möchten, keine Nudeln, keine Pizza, kein Pasta, sondern Wildfangfisch aus Grönland, Bio-Weide-Rind und dann tatsächlich noch Wildreis oder schwarzer Reis oder roter Reis, dann wird es viel teurer. Glauben Sie wirklich, dass das was macht? Er hat gesagt, ich glaube nicht, ich weiß. Dann haben wir eine Kontrollgruppe gehabt. Das heißt, die Hälfte von der Frau macht mit. Nach sechs Wochen waren ihre Harnsäure-Werte, ihre Fett-Werte, ihre Laktat-Werte und ihre Leistung viel besser. Dann haben alle Frauen mitgemacht. Dann die Hälfte von den Männern, die sind ja häufig verbandelt. Die Hälfte von den Männern und am Schluss alle. Das heißt, man konnte schön nachweisen, am Abend, Hockeys trainieren ja am Abend, 20 Uhr, keine Pizza, Pasta, keine Nudelgerichte, sondern fettreiche und proteinreiche Ernährung. Und es hat sich dramatisch ausgewirkt. Weltmeisterschaft, Olympiasieger, Weltmeisterschaft verteidigt. Und die machen tatsächlich nüchtern Läufe. Das bedeutet, morgens, bevor man frühstückt, wird der Stoffwechsel trainiert. Das nennen wir Stoffwechseltraining. Bei einer niedriger Intensität laufen die 50 Minuten. Und das ist kein Training, sondern das trainiert die Regeneration und die Fettverbrennung. Wir nennen das Metabolic Flexibility. Dann kann der Körper Fett verbrennen, er kann Kohlehydrate verbrennen, er kann seine Glykogenen speichern, während der Leistung wieder aufbauen. Und die Hockeys haben dann in der Zeitachse, wo sie die Weltmeisterschaft verteidigt wurden, 200 nüchtern Läufe pro Jahr gemacht. Und miteinander 120 nüchtern Läufe. Das heißt, die Leistung hat es gezeigt, Verletzungen sind zurückgefahren, alle Leistungswerte besser mit very low carb, aber guten Fetten und mehr Protein. So wie es das Immun eigentlich mit den Patienten macht. Dann war der Sprung in den Fussball, dritte, zweite, erste Liga, Fussball, Früchtebuffet, Pizza, Pasta, Nudeln. Also das ist eigentlich die dümmste Mär, die man sich vorstellen kann. Deshalb spielen die dann auch schlecht. Und so haben wir ein Aufstiegsprojekt gehabt mit dem Ralf Rangnick. Ralf Rangnick hat eigene Erfahrungen gehabt. Und wir haben das Früchtebuffet am Nachmittag eliminiert. Nicht zu viele Früchte und keine Fruchtsäfte. Wir haben Pizza, Pasta eliminiert und haben die Kohlenhydrate zurückschraubt. Und dann haben wir so ein Natural Eating, also ein natürliches Essverhalten. Keine Diät, natürliches Essen. Das haben wir eigentlich Stück für Stück etabliert. Dritte, zweite, erste Liga. Das war das Aufstiegsprojekt in Hoffenheim. Und noch besser durften wir es durchexerzieren mit dem Jürgen Klinsmann, mit der US-Nationalmannschaft, USA. Die haben am Abend dann eigentlich sozusagen Toastbrot, Toastbrot mit Peanutbutter und Marmelade. Die waren groteschlechter. Und dann haben wir eher Vitaminspiegel gemessen. Der war ultra nieder, alle um der 10. Und jetzt kam sozusagen das deutsche Duo. Wir haben sie gepeitscht und haben ihnen das Brot und Nudeln und der Peanutbutter und das Toastbrot abends weggenommen. Am Abend keine Kohlenhydrate, dass sie besser schlafen. Am Abend Protein. Wenn sie besser schlafen, wird der Stoffwechsel trainiert und geht in Fettverbrennung. Wenn sie dann noch einen Nüchternlauf machen, wird es besser. Also Nüchternlauf im Fussball. Um Gottes Willen. Also habe ich den richtig verstanden? Ich war Mannschaftsarzt in der US-Nationalmannschaft. Für Fußball? Für Fußball 2011, 2016. Und dann ging es ja richtig los mit den Amis. Genau. Und dann haben wir bei der Weltmeisterschaft bis ins Viertelfinale. Dann bei der Copa America haben wir gegen die Eigentlichen ins Halbfinale verloren. Aber unter strenger Kontrolle mit der Ernährung war das gut. Aber wenn wir es nicht mehr kontrolliert haben in ihren Clubs, dann sind die wieder mit diabetischem Stoffwechsel zurückkommen. Und es kommt ein großes Irrtum. Man denkt, wenn man viel Sport macht, darf man viel Zucker essen. Nein, eben nicht. Dann wird man zwar nicht fett, aber man hat trotzdem einen diabetischen Stoffwechsel. Was passiert in der zweiten Halbzeit? Man wird gerade schlecht. Deshalb haben sie früher alles verloren. Und dann haben die sich dramatisch verbessert. Und wir haben alles gemessen. Mit der Kontrin und der Darm. In Leipzig dann, fünfte Liga. Innerhalb von sieben Jahren aufgestiegen in Champions League. Und da haben wir unseren Ernährungsplan. Das gleiche, was unsere Patienten essen müssen, kriegen die dort. Die Spieler sind aber aufgeklärt. Die wissen, was sie essen und nicht. Und jetzt kommt die individualisierte Komponente. Wir haben dunkelhäutige Spieler. Die kriegen kein Getreide, kein Gluten. Und die kriegen kein Kuhmilch. Wir haben aber viel Früchte. Wir haben aber hellhäutige Spieler. Und die kriegen viel weniger Fruchtzucker. Und dann haben wir Buffets. Einige kriegen keine Nachtschattengewächse. Und über den Darm haben wir das eruiert. Deshalb haben wir viel weniger Verletzungen. Ein besserer Schlaf, eine bessere Leistungsfähigkeit. Und in den Jahren, wo die dann wirklich von Null auf Champions League am Hochgras sind, haben wir pro Saison 1000 Verletzungstage weniger als andere Vereine. Über eine anti-entzündliche Ernährung. Und dank Ralf Rangnick und Jürgen Linsmann und Bernhard Peters, also wirklich großartige Leute, die einen Taskforce haben mit Experten, war so etwas möglich. Und die Idee war, dass wir dann immer diskutieren müssen. Der Erfolg zeigt es. Und ich würde sagen, wie in der Formel 1. Wenn wir es dort vorexerziieren, dann wird es nachher zugänglich. Und seither können wir Kinder unterrichten. Seither haben die Spieler, haben Patenschaften übernommen für Schulen. Seither hat auch Ethika umgeswitcht. Und seither haben wir eine andere Pyramide. Nämlich jeder kriegt seine, ins Mai, meine Pyramide. Und die Pyramide sieht aus Sport, Trinken, Achtsamkeit, weniger kurzkettige Kohlenhydrate, sondern weniger langkettige, viel Fasern, mehr Gemüse als Obst. Dann noch ein zeitliches Timing, wertvolles Fett. Und die Strategie schützt vor Verletzungen, optimierte Leistung, optimierte Schlag. Und wir nennen das die athletische Entwicklung und die athletische Gesundheit. Also fantastische Möglichkeiten mit einem anderen Ansatz. Und das, was man früher erzählt hat mit Kohlenhydraten, das ist eine Mehrheit. Hat sich das Wissen schon verbreitet, jetzt in allen Bundesliga-Vereinen drin, dass man diese Ernährung so macht? Weil man hat ja die Leistung gesehen von Leipzig, ist ja gigantisch. Also so ein Weg war so, Jürgen Klinsmann und der Herr Schubeck und ich haben das in München schon mal in die Weiche gestellt. Dann kam der Pep Guardiola und der hat diesen Plan gesehen, Pizza, Pasta, Cola, Ben, das hat sich sehr schwer getan. So Spieler wie Ribery und Luca Toni, die eigentlich gern Croissant und Weißbrot essen, da gab es einen Krieg. Aber er hat dann eine Köchinkohl, die heißt Mona Nemmer. Die Mona Nemmer hat es schmackhaft gemacht. Der Pep Guardiola ging und dann hat sich der Jürgen Klopp die Mona Nemmer geschnappt. Und die hat in Liverpool Ernährung auf Weltklasse Niveau umgesetzt. Die hat es toll umgesetzt. Jetzt kam noch ein anderer dazu, der das, die alte Schule, man braucht keine Supplementation und so. Und deshalb ist das eigentlich auch wieder ein bisschen in den Abwärtstrennen dort gegangen. Aber der Pep Guardiola ist ein Perfektionist. Pizza, Pasta, Cola, Ben. Kurz geht die Kohlenhydrate reduziert. Und die Esskultur wird kultiviert. Wir essen alle miteinander. Da gibt es ein Frühstück, man macht ein Mittagessen miteinander. Der Cheftrainer sitzt am Tisch. Und die Umgangskultur hilft, dass man langsamer ist. Und die Ernährung dort ist so gut, also very low carb. Es schmeckt so gut, dass wir Küche integriert haben. Die Küche haben Kurse gemacht mit den Spielern und mit den Spielerfrauen. Dann kochen die Spieler selber. Und die packen dann das Essen im Trainingszentrum ein und nehmen es mit Mama und Papa und der Freundin. Also das Gute schmeckt auch. Und jetzt hat man zwei von den Nationalspielern gefragt. Wenn wir mal drei, Diego Demme jetzt in Neapel oder der Lukas Klostermann oder Marcel Halstenberg oder Josef Paulsen. Ja, der Verzicht ist nicht schlimm. Das sind die was für einen Verzicht. Mir geht es viel besser. Ja, sündige sie nie. Bei der Oma zuliebe. Alle zweimal im Jahr bei der Oma esse ich eine Currywurst. Jetzt für alle zur Entlastung. Man darf eine Currywurst essen. Man darf alles Mögliche essen. Man darf ein Croissant essen. Nur wenn ich immer Schlechtes esse, kein Wunder, wenn ich Heizöl im Ferrari tanke, dann kommt einfach ein größerer Schaden. Und so müssen wir das sehen. Wir müssen uns kultivieren, dass man eine gute Ernährung zu sich nimmt. Und mit der kann man die Leistung optimieren. Und ich kann die Mitochondrien fördern. Deshalb messen wir dort alles. Und jetzt kommt die nächste Botschaft. Eine gute Ernährung ist die Basis. Aber wenn ich Hochleistungen bringe, auf der einen Seite, oder wenn ich krank bin, dann brauche ich ein ganz ausgewogenes Niveau an Mikronährstoffen. Und das, was der Simon immer gemessen hat, haben wir eingeführt als Messungen im Profisport. Und jetzt haben wir Profile von den Spielern und Entwicklungen von den Spielern. Jetzt müssen wir gar nicht mehr sagen, nehmen wir das ein, die machen es von allein. Ja, das ist eben das Interessante. Das sind ja eigentlich Dinge, die man im Patientenalltag genauso macht. Zumindest empfiehlt. Aber die Schwierigkeit ist, dass die offiziellen Ernährungspyramiden der deutschen Ernährungsgesellschaft, der schweizerischen, der österreichischen DACH, heißt das ja so schön, die ist halt noch, unten ist Brot, Pasta, ganz oben im Gipfel ist ein bisschen Fett. Und auf eine gewisse Art und Weise kehren wir das ja um. Und dann haben wir wieder so das Problem, nicht Mainstream. Und dann kommt wieder so diese Diskussion auf. Und das macht es halt immer etwas schwieriger. Aber es ist ja wie bei der Formel 1 ja auch so, die sind ja die Pioniers und irgendwann kommt es ja runter bis zu den normalen PWs, oder? Ja, das ist ja so. Deswegen ist es schön, wenn es im Sport anfängt und man vielleicht so gewisse Beispiele eben hat, könnte dann helfen, Menschen zu motivieren, es wenigstens mal zu probieren, mal anders zu machen. Und ich glaube, die Kernwirtschaft, das hast du aber auch gesagt, viele haben dann Angst, ja okay, das schmeckt ja dann alles nicht mehr. Und das ist ja ausgemachter Unsinn. Ich muss eins haben, ich muss im Kopf eine gewisse Flexibilität haben. Wenn ich im Kopf habe, ohne Gipfeli kein Frühstück, dann wird es schwierig, weil dann fehlt es mir. Und dann komme ich sogar in einen Kehrmechanismus hinein. Oh Gott, ist das alles furchtbar. Also es funktioniert, wenn ich im Kopf so eine Flexibilität habe, auch ich probiere mal was anderes. Und dann ist genau das Gegenteil. Dann erfahre ich neue Welten, Dinge, von denen ich gar nicht wusste, dass man das essen kann und dass es schmeckt. Und dann funktioniert es. Wenn ich aber festhalte, ein Schweizer Frühstück ist Gipfeli und Marmelade, dann wird es schwierig. Und dann nennen wir das Stoffwechseltraining und Schlaf- und Regenerationstraining. Das passiert nicht einfach nur so, sondern ich muss achtsam damit umgehen. Und wenn am Abend kein Zucker kommt, wenn Insulin ins Bett geht, dann schaltet der Körper auf Fettverbrennung und Reparatur. Wenn ich jetzt einen nüchternen Lauf mache, machen wir heute Fettverbrennung, noch ein bisschen mehr. Und dann lernt der Organismus. Und dann kann er Kohlenhydrate verwerten. Ja, dann darf er das auch. Aber dann baut er seine Glykogenspeicher wieder auf. Und jetzt hat man ein super Experiment gemacht, der Jeff Oleg, und zwar beim Ultramarathon. Also 14,5 Stunden, 100 Meilen. Und dann hat man gedacht, ach, ich brauche Carbs. Jetzt ist die Frage, wie viel Carbs, wie viel Glykogenspeicher hat der Mensch? Also nach einer halben Stunde ist alles weg. Das ist leer. Genau, dann wäre er leer. Aber genau. Jetzt hat man dann diese Ultramarathonläufe untersucht. Davor, während und danach. Und die besten Glykogenspeicher, während und danach, hatten die mit ketogener Ernährung. Weniger als 15 Gramm Kohlenhydrate am Tag. Das bedeutet, der Körper lernt, Fett ökonomisch zu verbrennen. Das ist eigentlich das Superfuel. Es gibt eine Fettsäure, 120 ATP. Wenn der Zucker verwertet wird, vielleicht 36. Aber das Tolle ist, dass dann der Körper lernt, in der Fettverbrennung einen anderen biochemischen Weg zu aktivieren. Der heißt Pentosephosphatweg. Und dann baut er den Glykogenspeicher wieder auf. Und er schläft besser. Und er ist weniger erschöpft. Er wird weniger sauer. Eine niedere Betriebstemperatur. Weniger metabolische Acidose. Fett kann nicht vergoren werden. Er wird nicht sauer. Und eine bessere kognitive Leistung. Also auf allen Ebenen. Messbar, kontrollierbar. Die klassischen Trainingsteuerungswerte bleiben unter. CK und Harnsäure und Muskelenzyme und Blutzuckerspiegel und die Schlafwerte. Das heißt, es lässt sich alles vorexerzieren. Und es ist messbar und sehr, sehr gut umsetzbar. Du hast vorhin noch erzählt von Leipzig, wie viel weniger Ausfall die Spieler hatten. Also gesundheitlich. Sie waren immer fit. Gegenüber anderen im Durchschnittswert. Das heißt, das ist ja auch für uns alle, Privatpersonen, eigentlich ein ganz wichtiger Punkt. Wir möchten gesund bleiben. Das heißt, diese Art von Ernährung würde uns die Chance, gesund zu bleiben, fit zu bleiben, auf dramatischen Höhen, oder? Absolut. Und da gibt es eigentlich sozusagen zwei Bereiche. Das heißt, in einer Saison hatte man in Leipzig 58 Spiele in einer Saison. 58 Spiele. Aber die letzten vier Spieltage waren alle gesund, kein Verletzter. Und in der Saison, wo andere nur 34 Spieltage gehabt haben, haben wir 1.000 Verletzungstage weniger in einer Saison. Und es war natürlich eine klare Botschaft. Deshalb sind die Mannschaften sich einig. Die Mannschaftsärzte haben sich zusammengeschlossen. Die Physio haben sich zusammengeschlossen. Und die Ernährungsberater haben dazugelernt. Aber einige Leute, ich mache jetzt mal ein Beispiel, Ralf Rangnick, da ist eigentlich ein Koch der alten Garde gesessen. Ja, aber Kohlenhydrate, eine Ernährungsberater, packen Sie ihre Sachen. Also wenn ich als Trainer schon wäre, packen Sie ihre Sachen. Mit denen kann man nicht diskutieren. Wir müssen langfristig Überzeugungsarbeit machen. Aber wenn es dort um die Leistung geht, setzt sich das Beste durch. Aber jetzt würde ich doch sagen, wenn ich bei gesunden, jungen Leuten auf die Ernährung achte, und wenn ich bei denen supplementiere, dann ist doch völlig klar, dass ich das bei den Kranken und bei den Kindern und bei denen mit dem Defizit unbedingt tun muss. Und jetzt gucken wir mal die Zahlen an. Die spielen Fußball, die sind hochaktiv. Und wir haben zwar positive Tests, aber zwei, drei kranke Spieler, sonst war da nichts. Das bedeutet, wenn der Körper gerüstet ist, dann wird er weniger krank, hat vielleicht Antikörper, hat die Erkrankung aber gar nicht durchgemacht und ist relativ schnell wieder fit. Ein Spieler, der krank war, wie der Ilkay Gündogan, der war wirklich krank, aber der ist wieder topfit. Aber der wird halt alles dafür getan. Aber wenn ich für das bisschen Fußball, Jürgen Wiesmann sagt, für die kleine Welt des Fussballs, wenn ich es dort tue, dann muss ich es doch für unsere Patienten tun. Und da wünsche ich mir, dass wir die als Botschafter gewinnen, die gewinnen wir dafür. Und dann haben Kinder wieder ein Vorbild. Und dann können Kinder ihre Eltern anstecken. Das ist unser Ziel. Kannst du mir den Jürgen Klinsmann bringen? Ich kann den Ralf Rangnick gerne bringen. Bitte, bitte. Das sind ja genau diese großen Idole. Oder Jürgen Klinsmann auch, der kommt auf Besuch. Unbedingt, weil wenn er hier diese Sendung auch nochmals das nochmals bringt, was du da sagst, das ist ja für alle diese jungen Sportler zu Hause elementar wichtig, weil ich kenne es noch heute, es ist diese Spaghetti-Plausch-Essen vor dem Fußball-Match, ist gang und gäbe, oder? Ja, und es geht natürlich noch weiter. Es geht in die Gesundheit. Das hast du gerade erwähnt. Also es ist nicht nur der Sport, aus dem leitet man noch andere Dinge ab. Genau, also das sind die Exerzierer, die Leistung vor, aber das viel Wesentlichere, das sind die wichtigsten Weichen auf die Gesundheit, wie der Lebensstil, Lebensstil, Schlaf, Umgangskultur, Ernährung und Training und Stoffwechseltraining, das sind die entscheidenden Säulen für die Zukunft. Das sind die entscheidenden Parameter, wie man Zivilisationskrankheiten regulieren kann. Da kann man eigentlich vor der Krankheit abbiegen. Und da möchte man eigentlich hin. Noch eine Frage. Du hast vorhin gesagt, ihr habt bei all den Spielern irgendwo auch so einen gewissen Spiegel, einen Mineralinspiegel, habe ich glaube ich verstanden, wo ihr genau wisst, welchem Spieler jetzt gerade fehlt. Das geht, die Sache ist erledigt. Genau, da kriegt jeder Spieler sogar einen Ausdruck. Wir messen alle Vitamine, wir messen alle Mineralstoffe im Vollblut, wir messen alle Fettsäuren, also all das, was der Simon jeden Tag macht, Aminosäure auch noch, machen wir mit denen und dann haben wir eine Bestandsauflahme und dann wird supplementiert. Dann machen wir ein Monitoring und dann wird wieder reguliert. Einmal im Monat oder das Monitoring? Also in Leipzig haben wir genügend Unterstützung gekriegt. Da haben wir es am Anfang viermal und dann zweimal im Jahr gemacht. Aber sehr, sehr. Und dann kriegt aber das Spieler auch das Heft. Wir unterrichten ihn, dass er weiß, dass er weiß, wieso. Und ich glaube, das gehört auch dazu, wenn er erklärt, wieso. Und wenn das verstanden wird, dann haltet man die Spur. Das heißt, dann ist es nicht ein Strohfeuer, sondern die halten die Spur. In den USA ist es, nachdem dann Jürgen Klinsmann und ich 2016 wieder gegangen sind, sind die erst mal wieder zurückgefallen. Jetzt besinnt man sich wieder. Aber dass man die Spur hält, braucht es Aufklärung. Heißt du, meine Frage geht auch dahin, inwiefern ist das für mich oder für die Zuschauerinnen und Zuschauer entscheidend zu wissen, wenn sie zwei-, dreimal im Jahr diesen Spiegel haben und sehen, oh, da bin ich wieder weit unten, ich nehme das rauf. Wenn sie immer alle diese Fäße gefüllt wären, dann ist doch eine Gesundheitsprävention in einer ganz anderen Stufe erfolgt, oder? Absolut. Und jetzt ein wichtiger Teil noch. Im Profisport wird das jetzt alles gut gesteuert, sodass wir nicht ins Übertraining gehen. Dummerweise wird jetzt im Breitesport sind dann 50-, 60-jährige Menschen, die gehen miteinander Fahrrad fahren. Die fahren zu schnell, zu lang und die ruinieren sich. Und dann trinken sie ein Bier und haben den Schokoriegel dabei. Die ruinieren sich. Und dann gibt es Pizza, Pasta. Und deshalb wird im Breitesport zu viel trainiert, ein Übertraining, die wäre bocksauer und dann heißt es, mit der Orff und Schwarzwald, Mensch, die zwei haben immer Sport gemacht, 50 Jahre alt bei den Herzinfarkt. Komisch wie? Die haben sich umgebracht. Der Sport sozusagen nicht gesteuert war. Die haben zu viel gemacht und die haben leider ihren Ferrari oder ihren Audi falsch gedankt. Die haben den falsch gedankt. Und deshalb ist die Botschaft so wichtig in der Breitesport. Und deshalb ist die Botschaft so wichtig eigentlich zu der Jugend. Ja, und es geht dann nochmal eine Stufe, weil du hast es gerade in so einem Nebensatz kurz erwähnt, diese Pentosephosphatzyklusvergärung und so. Da geht es jetzt durchaus auch um die Frage der onkologischen Prävention. Wir wissen aus der Biologie, es gibt kein in der Natur frei lebendes Katzentier, wo Krebs bekommt. Und was fressen Katzen? Keine Kohlenhydrate. Katzen sind reine Fleischfresser. Sie fressen keine Kohlenhydrate. In den domestizierten Katzen, also bei uns die Hauskatzen, die das Fertigfutter bekommen, das Fertigfutter enthält zu 50% Getreide. Domestizierte Katzen kriegen Krebs. Es gibt kein frei liebendes Katzentier mit Krebs. Warum es sind die Kohlenhydrate und warum? Weil eben aggressive Krebszellen, das ist nicht der einzigste Grund, Krebs zu kriegen, das gibt nie monokausal, aber aggressiv schnell teilende Krebszellen ernähren sich von Kohlenhydraten, nicht von Fett. Wegen genau dieser Geschichte, wegen der Vergärung und so, die nutzen einen speziellen Mechanismus, wo man mit Kohlenhydraten eben machen kann und mit Fett eben nicht. Und damit ist es eben auch eine gewisse präventive Maßnahme für ganz andere Dinge, nicht nur Sport, nicht nur Gesundheit. Es geht auch um Zivilisationskrankheiten. Alzheimer ist ein Thema, wo wir auch wissen, da hat viel mit dem Zuckerstoffwechsel im Gehirn zu tun, der dann eben nicht mehr richtig funktioniert, wegen zu vieler Kohlenhydrate. Und alles das ist eben so ein Thema, wo man unbedingt integrieren müsste. Und dann kommt dieses Welt mit dem Messen dazu, wenn man so eine Basis hat. Und man dann sieht, es gibt wirklich gut gemachte wissenschaftliche Untersuchungen. Wenn ich einen gut trainierten Sportler nehme, der dann auch noch sinnvoll vorbereitet ist, und der hat jetzt zum Beispiel einen Omega-3-Mangel, zu wenig Omega-3-Fettsäure. Und den supplementiere, habe ich gemessen, im Blut kann man das ja messen, den supplementiere ich jetzt mit ausreichend hochdosiertem Omega-3 und lasse den dann trainieren. Dann kriegt der bei diesen Squats, also im Prinzip bei der Kraftanstrengung des Oberschenkels, nur nachdem er das gemacht hat, der war schon vorher gut trainiert, aber nach dem Omega-3 bis zu 20% höhere Muskelleistung. Aber nur, wenn vorher das schon gestimmt hat. Aber dann kann so ein kleiner Punkt eben noch mehr bringen. Wenn ich jetzt alles schlecht mache, nur ein bisschen Fischöl nehme, aber in so einer Konstellation, da kann man dann noch helfen, noch ein bisschen besser zu tunen, weil dann noch kleine Dinge fehlen, die ich halt übers Essen nicht mehr so machen kann, weil so viel Fisch kann ich dann eben doch nicht essen. Und dann haben wir die Meldbasis und dann gezielt supplementieren, weil ich gemessen habe, dass da was nicht stimmt. Und dann haben wir so ein rundes Bild. Und zu der Dosierung. Die nehmen nicht 200 Milligramm, auch nicht 1 Gramm, auch nicht 2 Gramm, sondern 4 und 6 Gramm Omega-3 am Tag. Und wir kontrollieren das. Deshalb bringen sie gute Leistungen. Wenn ich jetzt in der Bevölkerung einfach zu wenig gebe, dann verpufft das. Und deshalb kann man einfach vom Profisport das auch ableiten in die Dosierungsbereiche, die der Simon jetzt in der Klinik verwendet. Wenn gesunde Leute so viel kriegen, dann brauche ich Kranke eigentlich noch mehr. Und die Geschichte hat natürlich da begonnen, wo der Simon gerade die Ausführung gemacht hat, bei Krebsforschung. Und da gab es eigentlich den Otto Warburg, der das sehr schön geforscht hat. Dann mein Lehrer, auch ein Biochemiker. Und so war eigentlich unsere Arbeitshypothese, dass Alzheimer der Diabetes Typ 3 ist. Nicht nur unsere Gruppe, auch viele andere. Und wir haben gezeigt, das ist reversibel. In vielen Fällen, nicht immer. Und es gibt einen Schutz. Und dann haben wir gedacht, alle Welt freut sich drauf, 2006. Aber es hat kein Mensch interessiert. Kein Mensch hat es interessiert. Wir haben eine tolle Arbeit gemacht. Wir haben das publiziert. Wir haben die Tierversuche fünfmal wiederholt. Kein Mensch hat es interessiert. Aber das, was wir da gefunden haben, Zucker raus, aber dafür einen gesunden Zucker rein, wie jetzt Galactose. Das ist eigentlich der Zucker aus der Mistel. Und das war der Zaubertrank in den Mannschaften. Das heißt, wir haben die schlechte Kohlehydrate raus. Wir haben solche Zucker, die wenig Insulin brauchen, an die Insulinwerke reingemacht. Und deshalb haben wir ein anderes Sportgetränk mit viel mehr Protein. Und da hat es eigentlich begonnen. Und dann war für uns klar, wir brauchen andere Botschafter für die gute Nachricht. Und so mit vereinter Kraft kann man das dann erarbeiten. Und diese Ernährung hilft nicht nur im Profi, in der Champions League. Das hilft jedem von uns, jedem Kind. Aber ganz besonders dann, wenn irgendwo ein Ungleichgewicht ist und irgendeine Erkrankung im Hintergrund schwellt. Ich muss leider aufhören, aber diese Sendung ist ja gigantisch. Und ich kann mich nur ganz herzlich Danke sagen und mich verneigen vor diesen Erkenntnissen. Und ich glaube, wir müssen alle darüber nachdenken, was das jetzt gerade bedeutet hat. Denn das ist ja eine ganz neue Basis von Gesundheitsprävention, aber auch im Bereich der Medizin zu behandeln von Menschen. Und ich meine, dass das in der Champions League, ich sage jetzt immer, in der Fußball-Champions League, in der Nationalmannschaft der Amerikaner und 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 dargelegt wurde und bewiesen wurde, dass es funktioniert sollte, es sollte uns wirklich ein toller Spiegel sein. Bitte, bitte, da brauche ich noch 100 Leute, die das auch noch erzählen, weil wenn wir es 100 Mal hören am Fernsehen, irgendwann hört man es dann. Und da können uns grosse Namen nur dienlich sein, nebst eurem beiden grossen Namen, aber so ein Klinsmann wäre natürlich schon eine Bombe, um hier noch viel, viel mehr Gutes bewirken zu dürfen. Herzlichen Dank, Kurt Mosetta, Simon Feldhaus und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bitte, bitte, das ist mir wirklich wichtig. Teilen Sie diese Sendung, bitte verbreiten Sie diese Sendung. Ich denke, das tut Ihnen gut, das tut Ihren Freunden gut und das tut uns allen gut. Ganz, ganz wichtig. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.